hey leute und herzlich willkommen zu rademode auf dem hd.net server und hier sind meine stats zu zeigen so nicht lange zeigen und jetzt bin ich nicht bin ich alleine und du darfst nicht vergessen ein mikrofon etwas leiser zu stellen weil sonst ja 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 ok so lange ich auch nicht mehr aber meine maul spack gerade übelst was ist das was ist das für ein skin der packt voll bei mir oh mein gott was für ein bot hat der hat ein bot man heute übrigens ohne kreis 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 was hat dieser porsche für aimbot mann hey aimbot hey porsche hat aimbot ich muss erstmal wieder in rage mode reinkommen alter was hat der für killaura so ein hacker ey der hat killaura der hat alles mann wird auch da die gett die bütze so ich hab porsche gefickt alter und wollen ja ey was ist das für ein verfickter huren hacker huren hacker ja seine mutter hackt halt huren hacker meinem zerficker boog äh übelst in die anus gefistet aber nein alter bin ich hacker ich sie hasse gomme gomme ist so ein nuttensohn alter was willst du du hurensohn ja ich hab dich auch übelst getroffen aber nein so ein hurensohn mann was ist das für ein wichser ey das ist so ein bastard ey ey ich will gerade unbedingt sterben damit ich wieder nackt bei mir hast du keinen was für eine Hure ey ey ты letzter 600 durch getötet wow jetzt bekomme ich noch alles hab ich mich erschrocken ich erschreck mich hier die ganze Zeit oh man meine Hexen harems geklappt So, mein Nelzen wieder aktiviert. Ich muss erstmal wieder so richtig reinkommen in Ratsche-Mode, aber das, oh. Das wird natürlich wieder. Boah, ich hab'n Anruf bekommen. Ich war die ganze... Scheiß, Spawn-Ficker. Ey, das ist so ein Bastard. Ich fick seine Mutter morgen so hart durch. Der zerfickt mich die ganze Zeit. So ein Hurensohn. Ey, das ist so ein Bastard. Naja, wir sehen uns denn... Der Meister, ne? Der hat mit den ganzen Gespawn-Trap. Das ist so ein verfickter Bastard, Alter. So ein dreckiger Hurensohn. Einfach ein Hurensohn. Und Porsche, Porsche hackt. Ja, ich weiß, der hackt. Bei mir ist er die ganze Zeit geflogen, hatte Wallhack, hat jeden Schuss getroffen, hatte Kill-Aura und alles, Junge. Der hatte alles. Der hatte Nodus, Junge. Mhm. Ja, fick dich! Bist du eigentlich dran? Minecraft-Elchen, Alter. Was ist passiert? Ich war beim letzten Jump'n'Run und dann hatte er einfach auf zu sprinten, diese scheiße Minecraft-Elchen. Aber so kannst du erst mal Wut aus. I like big boobies. Ja, Alter, Alter, was war das denn jetzt? Hab ich den nicht mit der Achse getroffen? Da bin ich nicht mit der Achse getroffen. Von wo, hä? Wo, wo, hä, wo? Von wo, mein Freund, hä? Hä? Von wo? Ah. Was? Geht? Meine liebenden Wichser. Ich bin sogar negativ gerade. Das ist nicht toll. Das ist nie toll. iPhone negativ oder wie oder was? Ja, ich bin iPhone negativ. Aber es ist, äh, toll. Was für ein Hurensohn? Ich hab ihn so mit der Achse gefickt, Alter. Das ist so ein Bastard, Mann. Ich hasse die verfickte Minecraft-Engine. Ey. Boah, Junge. Was? Alter, ich mach gleich meine Tastatur kaputt, Junge. Was? Ich hab ihn so übelst mit der Achse gefickt. So ein Hurensohn. So ein Hurensohn. Hurensohn. Und dich fick ich auch noch mit der Achse. So ein bisschen Bastard, Alter. Oh, nein. Ey, das ist, das ist nicht mehr, das ist wirklich nicht mehr feiert. Ich hab's wirklich recht. Ich hab eine 7-Sachs-Akkade und ich bin total scheiße auf dieser Map. Ich bin, ich spiel Rage-Mode nicht so oft. Deswegen bin ich generell einfach ein Rage-Mode-Kacke. Hä? Haben die sich gegenseitig geführt? Oh, nein. Ich wurde mit der Achse tot. Okay, jetzt, jetzt, nee, jetzt geh ich im Rage-Mode. Okay, oh nein. Okay, das wird jetzt Stress geben. Das wird jetzt Stress geben, das sag ich dir. Ich glaube, Leute... Was? Der hat einen Bogen, aber hat mich mit der Achse gekillt. Was für ein Hacker. Ey, ohne Witz. Hackt. Also, reportet den, Spasti. Reportet bitte diesen Spasti. Das ist super. Nach, nach, nach. Weil, ich weiß ja, wie das jetzt genau so gut spiel. Ist alles gut, jetzt ist alles gut, Leute. Also, ich glaube, wir werden ziemlich oft übersteuern, aber das ist mir kackegal. Weil, jetzt, nein. Oh, was? Was? Der war zehn Blöcke neben mir. Aber, ey, du bist so ein Wichser, ne? Du bist so ein asozialer Hurenwichser. Das weißt du nicht, was für ein asozialer Bastard du bist. Das weißt du ab und zu mal nicht, ne? Oh. Was warst du? Ey, was? Da war wirklich keiner und er hat mich einfach mit der Axt gefickt. Was? Was war das? Oh, Junge. Oh, Mann. Das war ein anderer. Nein, ich war das. Das steht im Chat. Kannst du bei mir so nachgucken. Nein, nein, nein. Davor. Ja, davor. Vielleicht. Ey, du bist so ein Bastard. Aber ich feier's. Ich bin ein Mohners Anus, das feier ich. Nenn mich Bastard, aber ich feier's. Ey, du bist ein Bastard, Mann! Ich reiß deine Mohners Anus, läge so übelst auf. Das weißt du nicht. Das ist nicht mehr feierlich, Allah. Das ist nicht, das ist nicht mehr. Oh, oh! So perfekt. Junge. Alter. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Das war der übelste Ninja-Move. Das war der übelste Ninja-Move. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Hättest du das aufgenommen, Junge? Oh, mein Gott! Alter! Alter! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Alter! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Wie geil! Wie schnell ist fast den Bogen auf, Alter! Ich bin Hacker. Ich bin mit der Axel-Töte, warum tut er mich einfach mit der Axel. Aber was erlaubt er sich eigentlich? Oh, das ist doch nicht wahr. Das ist nicht mehr weich. Das ist nicht mehr weich. Nein, das ist nicht mehr weich. Aber ab und zu dann wieder... Ey. Was! Der war hinter mir! Aber der fickt mich erst mal mit der Axel. Okay, ja, schlau. Hä, was ist denn mit der Handsch- Hurensohn? Oh. Haben Sie selbst getötet oder wie habe ich das jetzt? Ich bin einfach in die Luft geflogen. Oh, wieder, GG. Ähm, ja, wir haben, ich habe genau 1000 Punkte. Ja, wir sehen uns in der dritten Runde. Oh, hi. Wir sehen uns in der dritten Runde. Hex. Ich habe Hex, ne? Ich gehe gegen Wohin. Terminal, Terminal, Terminal. Äh, Terminal ist schon geil. Aber wenn... Oder Karrier. Karrier ist auch geil. Ah, geil. Oh, Alter, ich habe den Namen gesehen, ich wollte den eigentlich achsen, aber es ist nicht geklappt. Mich. Hä? Du wolltest mich achsen. Ich bin total. Du sagst, ich bin ja die DAS2-Map, einfach weil eigentlich wollte ich eine andere Meldung spielen, aber dann gab es die hier gerade und dann. Die gab es gerade einfach so billig im Angebot. Hey. Nein. Nein. Oh, ich habe mich selber getötet, glaube ich. Oder habe ich mich selber getötet? Ich weiß gar nicht, ob ich mich selber getötet habe. Oh, Alter, der war unsber. So ein Bastard! Was? Was hat er für ein scheiß Aimbot, Mann? Ich habe gerade mit einer Hand gespielt. Deswegen war ich die ganze Zeit am Stehen, weil ich, äh... meine Perücke hat gejuckt. Sagst du, dass du auch immer Perücke hattest? Eigentlich hat er über eine Stirn gejuckt, aber... Oh, das hat er... Ja, ist einfach einer Survival. Hat noch Premium. Oh, hä? Von wo bitte? Ich habe doch gar keinen gesehen. Ich habe mich selber getötet. Was ist denn drauf? Ich hab... War das. Oh, das ist... Das ist ja... Nicht gerade toll. Hä? Survival hat mich gekillt? Als ob, Alter. Nein. so kacke treffen wie ich, Alter. Ich glaube, ich muss mal hier mein A-Bot reinpacken. Oh, Junge. Ich habe Spock auf Phoenix getötet. Mann! Verpiss dich! Spock auf Phoenix, mein Sohn! Was? Hä? Ich habe jemanden getötet, ne? Aber er... Hä? Da steht noch nicht mal ein Text. Du wurdest von bla 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 getötet, aber ich wurde getötet. Okay. Gibt Sinn, ne? Ist das nicht irgendwie so ein Hack? Mann! Guck, sowieso kaum in den Shit, das ist mir egal. Nein! War das der Spock auf Phoenix? Nein, der Spock auf Phoenix. Oh, Alter, das ist doch nicht mal wahr, Alter. Ich hatte dieses Spock-Camper. Ey, Spock Phoenix hat sich gerade gekillt? Oh, schuss, schuss, schuss! Ey, ohne Witz, nein, Leute, das ist irgendwann... Irgendwann, nein, na, geht's nicht mehr. Junge, gegenseitig geaxtet. Oder gedemütigt. Ach, komm, leck mich. Gedemütigt, bitte. Ich demütige gerade so viele Leute, Alter. Das weißt du nicht. Doch, das weiß ich. Bist du immer bosshaft drauf? Was, du Hurensohn? Was, du Hurensohn? Jetzt, direkt! Ja, du Hurensohn. Bist du ein kleiner Bastard, Alter. Ey, ich glaube, das ist die beste Runde in meinem Leben von Darth, Alter. Echt? 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 Du musst mich doch anal ficken, Alter. Oder? Oh, Junge. Oh, nein, komm, ich hätte nicht stehen bleiben müssen. Oh mein Gott, was für Hex! Ja, was für Hexen, oder? Ich bin einfach, ich bin einfach neben ihm gesprungen, aber bin ich einfach trotzdem getroffen. So ein verfickter Aim-Bot-Ficker, Alter. So, he's get wrecked. Was? Diese Camper alle hast du, weißt du das? Das sind alle Camper. Kommt, das ist, das ist, das ist, ähm, angeboren, die KD. Oh mein Gott! Was war das denn gerade für ein Luck, Alter? Ich schieße einfach, randoming, du hin! Ich schieße einfach, randoming, du hin! Junge! Hä, du hast mich noch nicht mehr getroffen, und hinter mir war noch nicht mal ne Wand. Ne, ich hab auf dem Boden geschlossen. Das ist Trick 129. Und wieder erst so, okay, die Gym. Ähm, ich lass, ich lass übrigens keine Runden aus, also ich mach keine, also ich mach zwar Katz hier zwischendurch, aber... Ich lass keine, ich nehm nochmal Runden. Das war jetzt die letzte Runde. Ja, das, äh, war's auch die letzte Runde. Ähm, wer nicht, wenn das Video bewerten könnte, das war's. Ciao! Ja! 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 Das war's!